stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann Heilandsvorte Gebet Milliarden und Millionen mal mehr in Jesus Amen Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Und ich kann sie retten, verkünde es Heilandsvorte Ich brauche Sühnerseelen, die dieses Gebet täglich, womöglich mehrmals beten Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter Amen Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht Jesus, Maria und Josef Seid uns beim Herzen Wir lieben euch, rettet alle Seelen besonders die Priestersseelen und Gott geweihten Mit der großen Bitte diesen Liebesakt mit jedem Atemzug mit jedem Pulschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Heiliger Josef Heiliger Josef Du hast in Bethlehem für die Muttergotte seine Herberge gesucht Erf auch uns eine Herberge für die Liebesklammer in den Herzen der Menschen zu finden Amen Und uns allen deinen Segen gib Amen Amen